Also früher oder später, vor allem wenn du im Online-Business oder im E-Commerce dich selbstständig gemacht hast, wirst du eine erste Landingpage erstellen und dann ist so die Frage, wie erstelle ich das in meiner bestehenden Wix-Webseite? In diesem Tutorial zeige ich dir Schritt für Schritt, also sozusagen eine Strickanleitung, wie du eine funktionierende und auch performende Landingpage in Wix erstellen kannst. Einfach und unkompliziert und jetzt geht's los. Hallo und herzlich Willkommen zu der Wix.com Akademie. Mein Name ist Petra und ich liebe Wix. Also was ist eine Landingpage? Gibt es einen Unterschied zwischen Landingpage und Salespage? Nein, es kann sowohl als auch sein, aber es ist definitiv eine Seite innerhalb einer Wix-Webseite, denn so machen wir es, die deine Besucher dazu animieren soll, eine einzige Aktion durchzuführen. Ob das jetzt Kaufen ist, ob das jetzt Buchen ist, ob das eine E-Mail-Adresse ist, also all das fällt in die Kategorie Landingpage. Also wir fangen damit an, dass wir uns grundsätzlich erstmal eine neue Seite anlegen. Wie man eine neue Seite anlegt, das weißt du mittlerweile. Du gehst im Editor Menü Seiten und legst eine neue Seite an. Ich blende ganz gerne, denn ganz oft sind Landingpages ohne Kopf- und Fußzeile. Wie du siehst, gibt es hier überhaupt keine Kopf- und Fußzeile. Und diesen Effekt erzielst du, indem du in den Einstellungen auf das Layout klickst und Standard ist normalerweise, da nimmst du einfach ohne Kopf- und Fußzeile und damit verschwinden diese beiden. Und als Schritt Nummer zwei ist dann, dass du dir einen Hook und einen Subtitle für deine Landingpage überlegst. Nun, das hier ist ein bisschen weit oben und wir rutschen das hier mal so ein bisschen mehr nach unten. Das heißt, du überlegst dir, also es ist wirklich so die ungeschriebene Regel, 80 Prozent der Leute lesen nur die Überschrift, also ich gehöre definitiv dazu. Und der Subtitle soll noch ein bisschen weiter erläutert oder aber auch den einen Bedenkpunkt gleich vorne hineinbringen. So, was jetzt natürlich schön ist, wenn diese Landingpage, denn da wird nicht wirklich viel Text sein, wenn wir hier vielleicht noch einen anderen Hintergrund machen und dann sagen wir Seitenhintergrund ändern und nehmen ein Bild. Also du könntest jetzt hier, wenn du mit sehr wenig Text arbeitest, könntest du auch ein Video nehmen. Also habe ich auch schon schöne gesehen, aber jetzt gucken wir einfach mal, was wir hier an Tieren nehmen können. Oder, okay, Hund. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich weiß gar nicht, warum ich in letzter Zeit so viel mit Hunden mache. Dabei habe ich eigentlich nur vielleicht das hier, Dog Walker, weil es ist ja Tierzitter oder das hier, das finde ich noch besser, damit das auch gleich verdeutlicht wird, was man denn hier so anbietet. So, genau. Oh, das ist ein super und das ist wirklich ein schönes Bild. Und dann nehme ich zwei Streifen und zwar einen, auf den ich das hier platzieren werde. Dazu gehe ich auf Hinzufügen und klassischen Streifen. So, einmal in weiß. Pack diese Dinge drauf. Übrigens, wenn du alles anklickst und STRG hast, dann hast du hier so eine Gruppe. sagst, Elemente gruppieren, dann sind sie in der Form und dann kannst du die ganz bequem, ohne dass sich das Ganze verschiebt, einfach da drauf tun. Und jetzt mache ich das so, dass ich vielleicht... Ja, doch, das passt eigentlich da schon. So, Telle. Ich will, dass hier so die Füßchen von dem Hundi ein bisschen rausgehen. Wenn du sagst, das hier gefällt mir nicht mehr, dann musst du einfach die Elemente nicht mehr gruppieren und dann hast du auch schon die Möglichkeit, das weiter so zu machen. Was ich jetzt vielleicht noch einstellen möchte ist, denn im Augenblick... Gehen wir mal in die Vorschau. Im Augenblick ist es so, dass es einfach fest ist, was eigentlich auch ganz hübsch ist. So eine klassische Geschichte, dass ich aber alles allerdings sage, ich möchte, dass dieser Streifen in den... Wenn ich in den Streifen Hintergrund ändere und sage, in den Einstellungen erscheinen... Mal schauen, wie das kommt. Ich möchte einfach mal sehen, was da passiert. Wie du siehst, auch ich muss ab und zu mal ausprobieren, was mir gefällt. Dann haben wir hier nichts. Und also das war der Hook, der Subtitle. Und als nächstes kommt sozusagen deine Story. Also warum das jemand machen sollte. Jetzt scrollen wir hier mal runter. Dazu würde ich eigentlich wieder einen Streifen nehmen. Ich könnte ganz einfach diesen Streifen duplizieren. Dann mache ich hier auf Duplizieren, gehe ich hier runter und mache aber vielleicht den Streifen in einer anderen Farbe. Machen wir den mal Farbe Schwarz und schreiben Weiß. Eine Story, also was weiß ich, ist dein Hund den ganzen Tag alleine und du möchtest noch mit deinen Kumpels ausgehen. An dieser Story solltest du eigentlich immer einen Fließtext nehmen. So hier, du siehst, jetzt habe ich das Ding an den Streifen gehängt und jetzt ist es natürlich schwarz auf schwarz. Da siehst du erstmal nichts. Also nicht siehst du, sondern da siehst du erstmal nichts. Und mache das hier weiß und würde dann sozusagen hier die Story hinzufügen. Hier ein bisschen Text. Auch meine empfohlene Schriftgröße wäre in diesem Fall 18, nicht 16, vielleicht sogar 20. Das ist abhängig davon, was für eine Schriftart du nimmst. Das hier ist eine sehr kleine Schriftart. Aber bitte bedenke, dass wenn du hier deinen Hook nimmst und auch deinen Subtitel, dass du hier wirklich Überschrift H1 nimmst und H2. Das ist eigentlich nicht schlecht für die Suchmaschinen. Und hier einfach unten einen Fließtext. Wie du siehst, Avenir Light ist ein bisschen klein, deswegen nehmen wir mal hier mal 20 und arbeiten dafür voraus. Ich würde hier vielleicht sogar noch ein Bild vielleicht hinmachen oder auch nicht. Aber ich weiß nicht, jetzt muss ich gerade mal gucken. Der hängt heute schon wieder. Finde ich nicht schlecht. So, und dann ist jetzt natürlich so die Geschichte, jetzt kommst du zu der Lösung an. Du kannst in der Storytelling auch schon gleich mit die Lösung anbieten. Aber wenn du eine Lösung beschreibst, dann überleg dir, also dein Angebot, was du danach anbietest, soll die Lösung sein. Und du musst die Emotionen deiner Besucher ansprechen. Das heißt, du würdest hier so mit Sätzen anfangen, stell dir vor. Das, was ich vorher mit dir gesagt habe, stell dir mal vor. Du bist bei der Arbeit und jemand fragt dich, du kommst du noch am Geburtstagstricken und denkst dir, oh, mein armer Hund war schon acht Stunden alleine, der muss bestimmt pinkeln. Ich kann nicht. Du würdest aber so gerne. Und dann wäre ich, jetzt in diesem Fall ich als Tiersitter, könnte ich sagen, ich bitte an, flexibel und individuell auch abends deinen Hund kurzfristig rauszunehmen, damit du ruhigen Gewissens, wie auch immer, also so weiter gehst. Das heißt, ich füge Story hier hinzu. Ich habe jetzt hier keinen Text gemacht und meine Lösung wäre eine Dienstleistung. Nun, diese Seite hat eigentlich auch schon Buchungen und ich würde in diesem Fall einfach so ein Widget, ein Buchungsbudget nehmen und zwar nur eins, nicht mehrere, denn eigentlich sollte das Ganze nicht davon ablenken, also dass man halt eben nur eine Aktion hat. Jetzt muss man mal gucken, dass es das auch hier lädt. Und übrigens ist dieses Video gewünscht worden, also falls du auch du Tutorials haben möchtest, dann wünsch dir doch einfach Tutorials. Ich bin so nett gefragt worden, ob ich denn hier nicht irgendwas machen kann und ich mache das wirklich gerne. Manchmal gehen auch mir die Ideen aus und würde mich freuen, wenn du sagst, ich hätte gerne Tutorials zu diesem und jenem Thema. Nun, stelle ich fest, ich finde diese Streifen einfach zu too much, also den finde ich einfach zu mächtig. Und vielleicht den hier ein bisschen schmäler machen und nach oben ziehen. Und bleibe immer innerhalb dieser zwei Linien. Also und dann würde ich vielleicht jetzt hier einen Streifen ebenfalls in weiß duplizieren, so wie wir das vorher gemacht haben. Hier in der Größe, wie das ganze Buchungselement ist und nicht vergessen, immer anordnen, denn wenn die Anordnung nicht stimmt, dann kann man auch bestimmte Dinge nicht ausführen. Und dann natürlich die passende Dienstleistung hinzufügen. Und so schnell hast du eigentlich auf deiner Wix-Webseite eine Landingpage erstellt. Ein kleiner Tipp noch hinzu, wenn du irgendwie Werbung hinzutreibst, dann solltest du eigentlich schon gucken, also so wenn du Facebook-Werbung machst, dass du auf soziale Netzwerke unter Einstellungen gehst. Und hier kannst du schon direkt dein Werbebild, was du ansonsten nehmen würdest, auch schon reinpacken. Also weil wenn du das dann nämlich in diesen Facebook-Ad-Manager reinlädst, dann würde es sich dieses Bild holen und dann hast du halt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also würde ich dir so empfehlen. Was gibt es sonst noch sozusagen? Also du kannst natürlich diverse Landingseiten haben, das ist überhaupt kein Thema und grundsätzlich ist es natürlich so, je teurer das Produkt ist, desto aufwendiger ist auch eine Landingpage. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Hier geht es einfach nur darum, das wäre, was weiß ich, so eine 15-Euro-Dienstleistung. Dann würde ich mich jetzt nicht wahnsinnig verkünsteln, sondern einfach an Emotionen ansprechen, vielleicht jetzt auch gar nicht dieses Bild jetzt irgendwie noch beschreiben, sondern hier noch irgendwie einen Text dazu, aber auch wirklich nicht übertreiben und damit hat sich das auch. Denke noch daran, die URL soll klar sein, dass wenn du es jemandem sagst, dann geh doch auf diese Webseite und buche da, damit du dir das auch immer wieder gut merken kannst. Also wenn du noch Fragen hast, einfach in die Kommentare posten, für Wünsche natürlich auch. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über einen Daumen hoch, subscribe meinen Channel, damit du nichts verpasst und falls du Fragen hast, poste diese liebend gerne in die Kommentare. Ich werde sie beantworten, versprochen und in diesem Sinne, let's wix it, deine Petra.